Ich begrüße die Lara, hallo. Hallo. Ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, wann mache ich es denn dann? Ich war dann auf ein paar Stammtischen, habe mich da mal so ein bisschen umgeguckt, bin da teilweise mit so verdrehten Augen heim, dass ich dachte, ich kriege sie nie wieder frei. Wir switchen beide, am Anfang habe ich ihnen deutlich mehr bedommt als andersrum. Du bist Muslima. Ja, ich wollte gar nicht religiös werden. Ich war eigentlich vorher ja so zwischen atheistisch und agnostisch. BDSM und Islam ist kein Widerspruch für dich? Nein, für mich nicht. Ich möchte wissen, wo ich stehe, weil dann kann ich immer entscheiden, mache ich das mit oder mache ich das nicht mehr mit. Bring doch mal so ein bisschen Spielzeug mit, einfach mal so zum Gucken. Ich bin da neugierig. Ich kann eine richtige Drecksau sein. Ich bin da neugierig. Ich möchte Libriche am Sion According. Ich bin da neugierig. Ich möchte dich auch nicht gleich permits.